Der junge Törlis ist Schüler eines Internats zeitloser Art, angesiedelt in einem Niemandsland, der kahlen Steppe im Osten der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie. Die Eltern sind weit, die Lehrer fremd. Die Schüler leben nach ihren eigenen Gesetzen. Ich höre, hast uns beschimpft, Frau Bassini. Macht, was ihr wollt. Du Schuss, hast dich nur verstanden. Aber nicht den Stumpfsinn eintönigen Schullebens will dieser Film beschreiben, sondern eine Geschichte erzählen. Es ist eine wahrhaftige Geschichte, mit authentischen Jugendlichen an Originalschauplätzen rekonstruiert. Diese Geschichte ist grausam. Ich bin ein Tier, ein diebisches Tier. Euer diebisches Tier. Es ist eine Geschichte von erwachender Sinnlichkeit und ihrem ersten ernüchternden Zusammentreffen mit der Wirklichkeit. Es ist eine Geschichte von Freundschaft und Hass, von Zuneigung und Rache. Sie erzählt den Machtkampf junger Tyrannen, die vor nichts zurückschrecken, um sich gegen ihre Rivalen durchzusetzen. Willst du nicht? Lächle doch, lächle. Willst du nicht? Dann werden wir dir einen Grund zum Weinen geben. Thomas, hilf mir! Ihr Hörter, lasst mich los! Ich war da! Ich zeig's euch! Sie erzählt den Leidensweg eines Ausgestoßenen, die sadistischen Foltern, denen er ausgesetzt wird. Hilf mir! Du es! Es gibt nicht eine schmutzige und eine saubere Welt. Es ist die gleiche Welt, in der beides geschieht. Das ist die ganze Weisheit. Siehst du, du lebst noch. Und das ist besser, als was ihr in den Schlafsälen treibt. Es ist die Geschichte eines jungen Menschen, der plötzlich entdeckt, dass Bosheit möglich ist, dass wir alle Schurken und Engel, folgter Knechte und Opfertiere in einer Person sind. Der junge Törlis ist keine akademische Literaturverfilmung. Es ist ein lebendiger, eindrucksstarker Film. Das persönliche Werk eines jungen deutschen Regisseurs. Siehst du, du lebst noch. Servus in den Schlafsälen oder Schlafsälen. Siehst du, du lebst noch. Das способ ist eine Kontinz haste in der Schlafsälen. Das heißt, es ist die Geschichte eines Jungen. Das ist eine neue Schlafsälen, die wir in der Schlafsälen treibt. Das heißt, es ist die Geschichte eines Jungen.